Zu einer Ballmusik von ganz besonderer Art stimmt dies Orchester seine Instrumente. Im Publikum sitzt Hase, Fuchs und Leopard, friedlich bei Eule, Gans und Ente. Am Podium einigt man sich auf den rechten Ton. Auf dem Parkett versammeln sich die Kavaliere und bald erklingt die Introduktion zum originellen Karneval der Tiere. Camille Saint-Saëns, das denken wir uns so, steht selbst am Pult und dirigiert Le Carneval des Animaux, den er für seine Schüler komponiert. Darin er uns im Klang von heitern Bildern die kleinen, großen Tiere dieser Welt mit Geist und Witz und Musikalität will schildern, worin er manchem Untier einen Spiegel vor die Nase hält. Er klopft ans Pult, die Instrumente schweigen. Herr Papagei, als Maitre de Plaisir ergreift das Wort und mit der Würde, die ihm eigen verkündet, er Mesdames, Messieurs, beginnen wir! Wir haben ein gutes Leben gut. Wir haben ein gutes Leben gut. Auf dem Tools upps, auf dem Punkt nicht. Und das ist ein gutes Leben. Wir haben 1000 didnt Telefon haben, wir haben neueени Er lieben, Kinderst carbohydrates wirken. Wo ist es, wenn wir uns alle Lostotiäte CD��� equilibriert oder Bis zum nächsten Mal.